Die Schüler der dritten Klasse der Volksschule Höhenhard besuchten am 9. Februar im Rahmen des Sachunterrichtes Meine Heimatgemeinde das Gemeindeamt. Bürgermeister Erich Priwasser hieß die Kinder herzlich willkommen und erklärte anschließend, sehr anschaulich, welche Arbeiten die Gemeinde für ihre Bewohner zu erledigen hat. Zum Abschluss durften die Kinder im Sitzungshall Platz nehmen und konnten Fragen stellen, die der Bürgermeister seinen interessierten Zuhörern beantwortete.